So meine Damen und Herren, willkommen mit dir hier zurück zu einer neuen Führung von Trans... EDS, jetzt habe ich schon Transfurt, wie war hier. Eine Sache jetzt im Vorhinein aus, Caravan? EI... Alter, was gibt es denn für Fracht denn? Irgendwie, das reizt mich, war schon den Caravan zu fahren, aber ich möchte den Schwerleister fahren. Gibt auch verschiedene Gründe, gut, preismäßig für die paar Kilometer geht schon. Aber wir wollen nach Richtung Liege fahren, weil mich das interessiert, wie ist das jetzt... Ach, gucke mal, ich bin vom... Bin vom Server geflogen, weil ich keinen offiziellen Trailer habe. Was wäre beim Caravan passiert? Das hätte mich... Gut, okay, das wäre bestimmt für Autos gewesen. Na gut, fahren wir mal trotzdem jetzt. Die... 145 Kilometer für zwei Stunden packen wir auch mal. Dann machen wir aber mal wieder ein Multiplayer-Sporen. Heute mal nochmal ein bisschen Schwerlast. Vorhin wurde mir nämlich nur Schwerlast angezeigt. Als Frachten. Eine wichtige Sache, mal von draußen gucken. So. Wir sind ja schon auffallen. Es gibt nämlich auch neue Abladeorte. Habe ich von uns nicht mehr bekommen. So, jojojo, an den und den Orten gibt es jetzt auch Sperrlast. Und da fahren wir heute noch mal einen Vorratshank. Äh, nicht Konsator, Alter. Industrie-Konsator, genau. Eigentlich brauche ich ja die... Das Nabi hier unten nicht, weil... Oder auch das andere Nabi. Ich werde ja geführt. Oh, naja, wie gesagt, die paar Kilometer. Die packen wir heute auch noch. Es hat sich ja vieles gendert, was jetzt in ETS... Äh, ja, genau. In ETS reinkam oder reinkam oder reinkommen wird. Da freue ich mich schon richtig drauf, mal wieder ein bisschen Hardcore ETS zu zocken. Ich nehme gerade in der Vorposition, genau. Wir haben mal für heute den... Ähm... Einundzwanzigsten. Und wie es aussieht. Ähm... Also den 21.05. haben wir heute. Och, Spurwechsel. Oh, ich dachte schon, hä? Ich versuche sowieso jede Spur einzunehmen, aus der Angst, dass mich jemand überholen möchte. So, jetzt aber muss erstmal hinten der raus. Das sehen wir im Spiegel nicht. Dann fährt der raus. Und dann können wir raus. Ja. Also wir eben jetzt nicht den Multiplayer fahren, kurz mit ein kleines bisschen an. Ist aber vielleicht auch gut so, weil beim Fahren ohne Fracht jedenfalls mit einer leicht... Also ohne Fracht nachliege. Wo mir gerade einfällt. Naja, hätte ich doch mal... Gut, okay, mir wurde wirklich die Sperrlast angezeigt. Die ganzen von den Mods. Ich habe geguckt, Filter sind alle draußen gewesen. Und es hieß, ja, wir haben keine anderen Frachten mehr, wie... Du kannst keine transportieren. Gut, okay. Ja. Und wir sind jetzt auf einen Server auf den EU1 gewesen, der realistisch war, beziehungsweise Simulation dahinter stand. 90 kmh war Maximum. Ach, ich muss hier auffassen, so... Bissl... Tempomat rein. Ähm... Es war Kollision dann, 90 kmh maximal. Und dann gibt es aber ja noch Server, wo Kollision aus ist. Wo... Neun... Äh... Unbegrenzte Geschwindigkeit ist, sage ich jetzt mal. Wo auch Autos erlaubt sind. Das ist auf den Server hier zum Beispiel nicht. Da können wir uns vielleicht auch nochmal ein bisschen später rumschauen. So ein bisschen hin und her gucken. Die ganzen verschiedenen Server nochmal angucken. Oder Fahrzeuge oder 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 oder. Wurde sich ja einiges ja geändert haben. Aber wir brauchen ja erstmal unser wunderbar schönes Geld. Denn wir sind ja nur bei... Nach der Frage knapp 100.000. Wir müssen unsere Spedition klein bisschen weiter ausbauen. Denn wir besitzen ja gerade mal einen Fahrer mit... Was haben wir denn gegeben? Ich hätte eine Renault geben müssen. Billigste Marke. Nichts aufgebaut. Nur Renault einfach. Wäre, glaube ich, am besten gewesen. Hm... Ganz gefährlich. Ich habe hier gedrungen während der Fahrt. So. Aber bin ich mal gespannt. Die neuen Frachten, also neuen Orte, von denen man fahren kann. Wie die Strecken da sind. Man müsste eigentlich mal alle so durchgehen. Alle Fahrten so... Aufschreiben, welche es gibt. Und welche man hat und sowas. Das müsste man alles mal machen. Um einfach alles zu zeigen. So, jetzt ist mir natürlich meine große Angst. Ah ne, gut. Ich dachte, das ist ein Bahnübergang. Da wäre meine Angst ziemlich, ziemlich groß. Da habe ich bisher sehr, sehr viele negative Erlebnisse gehabt. Sagen wir es mal so. Und ich muss sagen, im März... Ich habe meine Gedanken wieder gespielt, aufzuhören mit YouTube. Aber, wo ich jetzt in DS fahre, es macht richtig viel Spaß auf immer. Man redet wie ein bisschen demnich. Man trinkt nebenbei jetzt ein Landesgrundbier. Nein, keine Werbung. Aber es schmeckt einfach für mich. Persönlich. Gut. Nebenbei kann man ein bisschen Maus beobachten, die man nicht sieht. Oh. Gucken wir mal. Schön in die Berge hoch. Nice, nice, nice. Und schön heiß, so ein paar lange Luft zu sehen. Wie gesagt, V-Produktion. Und ich weiß nicht, wie viel ich jetzt mache. Weil gerade ist die Lust wieder da zum Spielen. Zum Zacken. Und solange man die Lust hat, sollte man es auch machen. Weil, wenn man schon jeden Tag was hochladen möchte und dann noch immer da so... Dann ist es auch scheiße. So, ich überlege gerade, wie geht denn der Hut aus? Dann können wir nämlich mal... Kurz von außen mal ein bisschen so gucken, dass man jedenfalls dann einen ordentlichen Screenshot hat. Den man dann aufnehmen kann. Wenn man daran denkt. Ich weiß nicht mehr, F-10 war, glaube ich, Screenshot machen. Vielleicht finden wir ja einen guten Ort. Ich weiß auch gar nicht mehr, wohin wir fahren. Kein Abladerort, okay. Mal sollen wir da mal kurz anhalten und mal noch einen ordentlichen Screenshot machen können. Ich glaube mal, das ist besser als draußen immer. Vor allem, es kommt nichts nahe an den Autos. Hat echt was Gutes. Hat schon was Gutes. Kann ich mir da so zweite Straße mit benutzen. Aber ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Oh, guck mal, hier hinten ist irgendwas. Was ist denn hier hinten? Oh, ne Firma, E.T.? Und jetzt fahren wir mal für ein paar Kilometer noch auf die Autobahn hoch. Ich fahre mitten in die Stadt rein. Vielleicht geht man so von der Autobahn. Ein schönes Bild, wirst du so runter. Ah, ne, ein bisschen hoch. Hm. Vielleicht ist das ja ein gutes Bild. No. No. Zwo, das, go. Natürlich auch runterschalten, nie dass wir uns hier sonst was noch machen. Aber können wir auch ein kleines bisschen üben, wie man am nächsten Mal um die Kurve kommt. Uff, das ist aber gar nicht so schlecht. Wie lange sieht der Auto in die Kurve, wenn es auch nicht Sport zu fahren. Doch, das ist schon da? Das sieht man gar nicht. Aber, ne, das ist noch nicht da. Ich glaube, da kommt es. Jetzt, das hat natürlich gedauert, bis er kam. Ja, gut, ist eben so. Wow. Boah, der Herr heult auf. Ist das geil. Das ist doch ein schönes Geräusch. Bin nochmal gespannt. Ich habe nämlich Probleme gerade mit Formel 1 hochzuladen. Da heißt es irgendwie, du lädst die falschen Dateien hoch. Falsch Datenformat. Also mit dem letzten Kochvideo hat es geklappt. Da weiß ich echt nicht, was los ist. Ach, das Industriegebiet. Schade. Ich habe gedacht, irgendein Hafen oder sowas wäre richtig geil. Aber wir werden es bei der Chemiefirma abladen bestimmt. Bei der Chemiefirma laden wir ab. Danach hoffen wir, dass wir mal wieder in den Multiplayer reinkommen. Dann, das würde mich freuen. Fui, 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 fui. Wenn du nicht schneller fährst hier vorne, muss ausrollen hier mit meiner schönen Fracht. Glück ohne Gegenverkehr. Die Vorderreinverdäumte sind einfach mal gesperrt. Meine Maus hat glaube ich Hunger langsam. Die haben aber die ganze Zeit bekommen sie auch wieder was. Warum tut sie nicht? Nein, darauf achte ich schon. Super rumgekommen diesmal. Jetzt machen wir uns ja hier fangen. Und einmal reinfahren bitte. Und dann gucken wir mal, was wir von hier aus haben. Dass wir dann schön im Multiplayer fahren. Ah, guck mal, da ist der Carverband. Das ist der Anhänger. Und das würde mich auch noch interessieren, ob das nur für ein Auto ist. Weil anhängen geht das ja hier nicht. T, abladen, fertig, Leute. Bis zum nächsten Mal. 10.000 Gesamtsumme wird abgezogen. Naja, gut. Das haben wir zwar jetzt nicht reingeholt, aber wir sind dadurch nicht bei 100.000. Ach, du Scheibenkleister, schade. Gut, dann würde ich sagen, lass ihn da oben da. Wenn ich da oben da stehe, dann kommt darauf. Bis zum nächsten Mal, sagt er, wenn sie. Tschö, tschö, tschö.